Peter, was hast du gesagt? Heute ist schlechtes Wetter. Wunderbar. Saisonstart. Planner. 2.12. 2017 Peter, was hast du gesagt? Da 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 Thank you Da 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 If you got some time on your hands, I'd be happy to make some plans Someone like you Baby You could be my chain beat Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020